Na, wie war es denn in der Schule? Ach, ganz okay. Yannick und Noah wollen Fußball spielen, darf ich auch? Klar, aber zuerst musst du deine Hausaufgaben machen. Ach man, das dauert doch so lange. Dann spielen die doch schon längst. Ich mach deine Hausaufgaben, ja? Nee, Max, kommt nicht in Frage, tut mir leid. Erst die Hausaufgaben, dann kannst du gerne... Mann, du bist gemein, die anderen dürfen doch auch schon spielen. Es ist mir völlig egal, was die anderen dürfen. Du erledigst erst deine Hausaufgaben, sonst wird das doch heute nichts. Mann, immer diese böden Hausaufgaben! Oh, Max, was soll denn das? Der Fußball ist doch total dreckig. Hör mal, und wenn du nicht langsam mit den Hausaufgaben anfängst, dann wird das mit dem Fußballspielen heute gar nichts mehr. Ja, ich mach das schon. Ja, ich mach das schon. Seite 16, Aufgaben... Hallo, Max! Aufgaben 1 bis 3. So, los geht's. Max! Max! Max, Aufgaben 1 bis 3. Oh, Max, da ist ja schon wieder das meiste falsch. Das darf doch nicht wahr sein. Kannst du es nicht mal schaffen, dich wenigstens für 5 Minuten lang zu konzentrieren? So. Das kannst du alles jetzt nochmal machen. String dich an, dann wird's auch richtig.